Musik Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fan Fiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fan Fiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fan Fiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 159 Wahrscheinlichkeiten Geh schon vor, Sirius. Waren Remus Worte in der Bibliothek gewesen, nachdem Hermine gegangen war. Ich komme gleich nach. Ungläubig hatte Sirius seinen Freund angestarrt, bevor er skeptisch und auch etwas ratlos fragte. Was willst du von ihm? Es war offensichtlich gewesen, dass Remus noch einen Moment lang bei Severus bleiben wollte, der abseits von den beiden Männern weiterhin in den Regalen nach Büchern stöberte. Er sucht ein bestimmtes Buch und ich denke, ich habe da eine Idee. Mit einem ernsten Blick untermauernd machte er seinem Freund unmissverständlich klar. Ich werde es ihm heraussuchen. Danach komme ich zu Harry runter. Sirius schien nicht verstehen zu wollen, dass sein bester Freund Severus einen Gefallen tun wollte, aus freien Stücken, was Sirius selbst nie tun würde. Noch einen Moment, den sprachlosen Sirius anblickend, wandte Remus sich langsam von ihm ab, um hinten in der verbotenen Abteilung eine bestimmte Ecke anzusteuern, die er durchstöbern wollte. Severus hatte ihn an sich vorbeigehen sehen, weshalb seine Hand, die gerade ein Buch aus einem der Regale gezogen hatte, wie versteinert ihre Bewegung einstellte. Ein Blick zum Eingang der verbotenen Abteilung verwirrte Severus noch mehr, denn Sirius stand einen Augenblick lang, aufgrund der Reaktion des anderen Rumtreibers erst fassungslos an der Gittertür, bevor er Kleinen beigab und die Bibliothek wortlos verließ. Danach wagte Severus es, einen unauffälligen Blick in Richtung Remus zu werfen, um an Körperhaltung oder Gesichtsausdruck einen möglichen Grund für dessen unerwartete Anwesenheit entnehmen zu können. Doch alles, was er an ihm ausmachen konnte, war der konzentrierte Blick auf die Buchtitel, während er langsam ein Regal abging. Fest hatte Severus damit gerechnet, dass beide Männer zusammen die Bibliothek verlassen würden. Mit seiner Vermutung so falsch gelegen zu haben, ließ ihn daran zweifeln, noch immer über die hervorragende Beobachtungsgabe zu verfügen, die er in Zeiten der Spionage perfekt beherrscht hatte. Nur mit Mühe konnte Severus die Anwesenheit von Remus akzeptieren und sich wieder seiner Sache widmen, auch wenn sich ihm die Frage stellte, warum der Mann noch hier war. 40 Minuten später erschrak Severus, als er eine Hand an seinem Oberarm spürte, die jedoch nur kurz verweilte, als würde sie genau wissen, dass so ein naher Kontakt nicht geduldet war. Du hast mich nicht gehört, sagte Remus entschuldigend. Ich war wohl in die Titel vertieft. Rechtfertigte sich Severus, aber in Wirklichkeit hatte sein Verstand die ganze Zeit über versucht, die Situation zu begreifen. Remus hielt ihm ein Buch unter die Nase. Hier, das war das Einzige, was ich damals gefunden hatte. Wo stand es? Da hinten. Remus deutete auf eine Reihe in der Nähe, in welcher eine durch Schatten schwarz gefärbte Lücke klaffte. Es steht bei magischen Wesen, aber es behandelt zu 70% tierische Gifte und Zaubertränke. Ein Blick aufs Inhaltsverzeichnis bestätigte Severus, dass es auch ein Kapitel über Corvinus Calidita beinhaltete. Sehen wir uns heute in der großen Halle? Fragte Remus, der somit auf freundliche Weise deutlich machte, dass er jetzt gehen würde. Ich. Noch immer war Severus völlig aus dem Konzept, doch sein Sprachzentrum stellte ihm nach einem kurzen Moment wieder das gesamte Vokabular zur Verfügung. Ich denke nicht. Ich werde mich zurückziehen und lesen. Remus blickte belustigt und zog seine Augenbrauen hinauf. Ach, tatsächlich? Fragte Remus schmunzelnd nach, denn etwas Ähnliches hatte er heute schon einmal gehört. Tatsächlich? Versicherte Severus in einem Tonfall, der seinem Gegenüber nahe legte, ihn nicht auf den Arm zu nehmen. Wie du meinst, Severus? Vielleicht schaust du dir vom Astronomie-Turm aus das Feuerwerk an? Rabbis hatte einiges bei den Zwillingen bestellt. Nach diesen Worten verließ Remus die Bibliothek und er schlenderte an seinen eigenen Räumlichkeiten vorbei, bevor er bei Hermine Halt machte. Er wollte sich bei ihr erkundigen, ob sie mit ihm mitkommen wollte oder es vorzog, lieber noch zu lesen, wie sie es vorhin gesagt hatte. Als Remus nach mehrmaligem Klopfen schon dachte, sie wäre womöglich längst bei Harry und Ginny, da öffnete sich die Tür. Merlin, Hermine! Er packte sie am Arm, weil sie schwächlich wirkte. Du bist leicht und blass, setz dich erstmal. Mir geht es gut. Der Schock über den Inhalt des Buches schien sich in ihrem Gesicht abgezeichnet. Es ging ihr gut, auch wenn sie ein wenig Herzklopfen hatte und sich ihr an einigen Stellen der Magen hatte umdrehen wollen. Auf den Couchtisch blickend bemerkte Remus den in schwarzes Leder gebundene Band, weswegen Hermine eindringlich anschaute. Ist es wegen des Buches? Nein, ich meine, ja, irgendwie schon. Hermine! Flehte Remus leise. Das Buch selbst ist ungefährlich, wenn du das meinst. Bin ich von einem dunkelmagischen Fluch eingenommen, Remus? Es ist das, über das dort geschrieben wurde, das ich schwer ertragen kann. Warum liest du es denn? Forderte er als Antwort. Weil. Sie stoppte sich. Selbst nach dem Grund suchend fiel sein Blick erneut auf das Buch, welches er gleich im Anschluss ergriff. Er las den Titel, schaute sie an und wiederholte fassungslos. Leib und Seele? Was hast du da nur für Schund gefunden? Hermine, du solltest das wirklich nicht lesen. Er legte das Buch sachte auf den Tisch zurück. Seinen Ratschlag verstehen wollend, fragte sie. Warum nicht? Es ist nicht gut, solche Dinge zu wissen. Niemand sollte erfahren, wie es möglich ist, deine Seele zu spalten. Seine Aussage hielt ihr vor Augen, dass er etwas mehr darüber zu wissen schien, weswegen sie mutig fragte. Weil man mit dem Wissen, das darin beschrieben ist, dazu in der Lage wäre, Rockruxel herzustellen? In erster Linie ja. Aber das Schlimmste sind die aufgeführten Behandlungsmethoden. Es ist schon grauenvoll genug, von diesem dunklen Kapitel der Heiler-Ära überhaupt zu wissen. Aber man muss nicht auch noch bis ins kleinste Detail eine Erfahrung bringen, wie man solche verpönten Therapien durchzuführen hat. Reicht es nicht zu wissen, dass man damals bei Geisteskrankheiten geglaubt hatte, den Patienten heilen zu können, wenn man den kranken Teil seiner Seele einfach entfernt? Erschrocken holte Remus Luft, denn mit einem Male glaubte er zu wissen, warum Hermine dieses Buch lesen wollte. Du glaubst doch nicht etwa, fragte er mit dünner Stimme. Hermine klang sehr mitgenommen, als sie antwortete. Ich befürchte es. Im ersten Moment hatte Remus das Buch nicht mit Severus Problemen in Zusammenhang bringen können. Doch auf einen Schlag ahnte er, dass Hermine mit ihrer Befürchtung richtig liegen könnte. Ich war immer der Meinung, begann er zaghaft, als er das Buch betrachtete, dass man die Tränke und Zaubersprüche zu diesen schrecklichen Therapien nicht kennen sollte, Hermine. Woher weißt du davon? Ich habe es einmal überflogen, als ich damals mit Arthur zusammen den Raum im Grimmauplatz geöffnet hatte. Ich bin nur durch Zufall draufgestoßen, ich fand es faszinierend und abstoßend zugleich. Und ich verstehe vollkommen, warum das Ministerium nicht möchte, dass die Anleitung zu tränken, die eine intakte menschliche Seele verstümmeln können, für jedermann zugänglich ist. Warum hat man damals überhaupt zu solchen Methoden gegriffen? Fragte sie neugierig. Weil man es nicht besser wusste. Bei manchen Patienten schien es geholfen zu haben, aber der Heilerfolg war insgesamt so gering, dass die Praktizierenden sich den Vorwurf anhören mussten, sie wüssten nicht, was sie tun würden. Und das war auch so, Hermine. Einige haben damit einfach experimentiert, denn es war unmöglich, genau vorher zu bestimmen, welcher Teil des Gemüts entfernt werden würde, ob es sich dabei um einen Erkrankten handelte oder um einen Gesunden. Dann baut die Herstellung von Hauptkruxen auf diesen Behandlungsmethoden auf, nur dass der Teil der Seele auf einen Gegenstand übertragen wird, nachdem er herausgerissen wurde. Hatte sie bereits kombiniert. Es wäre möglich, dass es so ist, aber genau wird man es wohl nie erfahren. Ich kann nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob vor Voldemort schon einmal jemanden einen Horcrux erschaffen hat, aber es ist sehr wahrscheinlich. Er seufzte und fügte leise hinzu. Das sind Dinge, die man einfach nicht tut. Es verging ein seltsam angenehmer Moment, in welchem sich Remus und Hermine in die Augen blickten, in denen seinen spiegelte sich plötzlich Erkenntnis wieder. Glaubst du, Severus hat einen Horcrux erschaffen? Fragte er vorsichtig. Sie schüttelte den Kopf. Sie sprach nach ihrer laut ausgesprochenen Vermutung, die Hermine erst jetzt verdeutlichte, wie schlimm es um Severus' Seelenleben stand, einen einzigen Moment nicht mehr. Denn auch Remus schien von dieser desillusionierenden Aussage schockiert zu sein. So viele Fragen brannten ihm auf der Zunge, doch nur eine trat über seine Lippen, als er voller Hoffnungslosigkeit das Wort an Hermine richtete. Du glaubst, man kann ihm nicht helfen? Sie blickte zu Boden, dann wieder Remus in die Augen, um seine Vermutung lediglich zu bejahen. Wie sie es damals im Mungus häufig getan hatte, wenn sie auf die Frage eines Patienten geantwortet hatte. Doch dieses Mal wollte sich das einfache Ja nicht verbalisieren, denn sein Gesichtsausdruck bewegte sie zu sehr. Die eben erlangte Offenbarung, dass es für Severus keine Heilungen zu geben schien, zeigte wenige Sekunden später nicht mehr nur bei Remus ihre volle Wirkung. Die Erkenntnis darüber, dass all ihre bisherigen Mühen vergeblich gewesen sein sollten, war für Hermine schwerer zu ertragen, als sie es je für möglich gehalten hatte. Als ich auch noch die eigene Hoffnung von ihr entfernen wollte, da suchte sie verzweifelt nach etwas, um Neues schöpfen zu können. Sie würde auf eigene Fausten reiner Heilung für Severus suchen. Er war immerhin einer ihrer Professoren gewesen, der ihr während ihrer Ausbildung gesagt hatte, als sie am Bett eines 27-jährigen Opfers eines magischen Duells gestanden und über sein 15-jähriges Koma diskutiert hatten. Der betagte Heiler hatte die Decke höher über die Schultern des jungen Mannes gezogen und einmal dessen verkrampfte Hand gedrückt. Aber man darf niemals aufgeben, hatte der betagte Heiler beschwörend postuliert. Ich werde weitermachen. Der hoffnungslose Klang in ihrer Stimme gefiel ihr nicht, weswegen sie viel energischer zu Remus sagte, aber auch zu sich selbst, um sich davon zu überzeugen. Ich werde weitersuchen und weiterbohren und ich werde alles erfahren, damit ich endlich anständige Aussagen habe, mit denen ich nach einer Heilung suchen kann. Ohne zu wissen, was genau geschehen ist, werde ich gar nichts erreichen. Sie musste tief Luft holen, denn sie hatte viel Kraft aufbringen müssen, um sich zu sagen, was sie tun müsste. Denn auch wenn sie in ihrem Leben bereits allein Entscheidungen getroffen hatte, so hatte sie bisher in Bezug auf Severus immer die Notbremse gezogen. Ab jetzt, so schwor sie sich, würde sie den Zug mit Höchstgeschwindigkeit weiterfahren lassen und sie setzte all ihre Hoffnung darin, dass die Endstation keine Sackgasse sein würde. Wenn du Hilfe brauchst, dann bin ich für dich da, versicherte Remus. Der Ernst in seiner Stimme hatte diesen Worten, die häufig als Floskel verwendet wurden, jedwede heuchlerischen Absichten genommen. Um sein Angebot noch deutlicher zu machen, bot er an. Wenn du Hilfe bei der Recherche brauchst, ich lese alles, ich habe jetzt Zeit. In diesem Moment kam ihr nicht mehr in den Sinn nachzufragen, was er damit meinen würde, denn sein Angebot erleichterte sie, ließ sie weniger auf sich allein gestellt dastehen. Kommst du trotzdem mit zu Harry? Fragte Remus warmherzig. Ich möchte noch ein wenig lesen. Er ahnte, dass sie nicht zur Ruhe kommen würde, sollte sie nicht erst das Buch gelesen haben. Endlich hatte sie etwas gefunden, das auf Severus' Zustand wie die Faust aufs Auge passte und er konnte auch nachvollziehen, dass sie deswegen am heutigen Tag, es war immerhin Silvester, ganz andere Dinge im Kopf hatte. Vielleicht später? Ich komme ganz sicher vorbei, Remus. Versprochen. Sie lächelte ihn dankbar an, bevor er sich verabschiedete. Den ganzen Weg über hatte Remus nur den Gedanken an diese grauenvolle Gemütsverstümmelung im Kopf, die in dem Buch Leib und Seele behandelt wurden. Die Möglichkeit in Betracht ziehen zu müssen, dass Severus wahrscheinlich an einer entstellten Seele aufgrund eines solch unmännlichen Trankes leiden könnte, erschütterte ihn. Aber es erklärte auch so vieles. Die frohe und ausgelassene Stimmung, die ihm entgegenschlug, nachdem Harry ihm die Tür geöffnet hatte, schien für ihn ein emotionaler Schock. Alles in Ordnung, Remus? Harry schien etwas bemerkt zu haben, doch ein Nicken hatte ihm als Antwort genügt, sodass er nicht nachhakte, sondern im Anschluss noch wissen wollte. Wo ist denn Hermine? Sie kommt später. Sirius hatte Remus' Antwort vernommen und warf schelmig erbost ein. Was denn? Möchte sie etwa noch lesen? Es klang fast so, als würde Hermine etwas Schlimmes tun. Wenn ihr mich fragt, dann nehmt sie viel zu viel von ihm an. Der Aussage stimmte Harry innerlich zu. Denn es war eine Sache, wenn Severus sich an einem Tag wie heute zurückziehen wollte, das war eben Severus. Doch seine Hermine hatte das nie getan. Freunde waren ihr immer wichtiger gewesen als Bücher. Ich werde sie holen, sagte Harry bestimmt, doch Remus hielt ihn auf. Nein, lass ihn doch rein, Mom. Mit übertönender Lautstärke ermutigte Sirius seinen Patensohn. Ja, hol sie her, Harry. Das Buch wird schon nicht wegrennen. Während Fellini ihr um die Beine strich und laut schnurrte, sackte Hermine wie erschlagen auf der Couch zusammen, nachdem sie einen Absatz über einen bestimmten Trank gelesen hatte. Der Grundtrank war in diesem Kapitel behandelt worden. Ein Gebräu, das für die Spaltung der gesunden Seele verantwortlich war. Die Auswirkung des Trankes, wie sich erst viel später herausgestellt haben musste, war weder mit zusätzlichen Trankzutaten noch mit Zaubersprüchen zu steuern. Somit war es nicht möglich gewesen, ganz gezielt bestimmte Bereiche zu entfernen, die man für erkrankt oder unheilbar hielt. Vor ihrem geistigen Auge manifestierte sich aufgrund dieser Beschreibung das Bild von einem Chirurgen, die mit Skalpellen auf den auf dem Operationstisch liegenden Patienten warfen, um einen Tumor zu entfernen, dessen Lage nicht einmal genau zu bestimmen war. Der Trank machte sich an der Seele genauso unpräzise zu schaffen. Sie erinnerte sich an das, was Severus gesagt hatte. Auf das Wesen und das Empfinden, auf all das, was einen Menschen ausmacht, darf man nicht einwirken, denn das sind Gebiete, die sich uns noch nicht erschlossen haben. Severus selbst hatte von einem kleinen Überbleibsel gesprochen, welches er noch inne hatte und manchmal aufflodern würde. Allein diese Aussage gab Hermine wieder Hoffnung, denn wenn etwas loderte, dann könnte es eines Tages genauso gut in Flammen aufgehen und das wollte sie unbedingt erreichen. Das war ihr neues Ziel, aber vorweg musste sie alles über ihn in Erfahrung bringen, musste sie Severus zum Reden bringen, denn sie hatte genug davon, im Dunkeln zu tappen. Sie brauchte Details, damit ihre grauen Zellen etwas zum Arbeiten haben würden. Hermine? fragte Harry leise, doch sie war trotzdem zusammengefahren. Harry, was machst denn du hier? Sie wirkte auf ihn sehr mitgenommen, als würde ihr etwas das Leben schwer machen. Du hast mein Klopfen nicht gehört. Er schloss die Tür hinter sich und näherte sich seiner auf der Couch sissenden Freundin, blieb jedoch vor ihr stehen und sagte ein wenig beleidig klingend. Warum liest du, wenn du stattdessen bei uns sein könntest? Harry, ich. Sie blickte ihn mit treuen Hundeaugen an und seufzte. Der Ernst der Lage war herauszuhören, als sie ihm leise anvertraute. Ich habe es gefunden, Harry. Ich bin mir ganz sicher. Er legte seine Stirn in Falten, sodass sie erklärte. Das mit Severus. Ich weiß, was er getan haben muss. Sein Blick fiel auf das Buch in ihrem Schoß. Darf ich mal? Nachdem sie ihm das aufgeschlagene Buch gereicht hatte, ließ er sich neben ihr nieder und las die beiden Seiten, die sie ihm gezeigt hatte. Es... Er stockte, denn er wollte es nicht laut aussprechen, weil es dann Realität werden würde, doch ergab sich einen Ruck. Es gibt keine Heilung. Das niederschmetternde Gefühl der Enttäuschung machte sich nun auch in ihm breit und er konnte erahnen, wie es Hermine im Augenblick ergehen musste. Man kann es nicht rückgängig machen, damit legst du richtig. Aber das heißt nicht, dass es nicht eine andere Möglichkeit geben könnte. Weißt du, begann Harry mit einem Kloß im Hals, wie viel ihm fehlt. Sie schüttelte resignierend den Kopf, bevor sie vermutete. Ich gehe davon aus, dass nur ein winziger Rest übrig ist. Warum bist du so sicher, dass das... Er hob das Buch in seinem Schoß an... ...die Antwort sein soll. Als er den Titel im Vorübergehen gelesen hatte... Sie erinnerte sich daran, wie Severus Finger gezittert hatten. Das hättest du sehen müssen, Harry. Seine Reaktion hatte Bände gesprochen und deswegen habe ich das Buch auf gut Glück mitgenommen. Ich hatte nur mit einem weiteren versteckten Hinweis gerechnet. Aber dass ich einen so eindeutigen Treffer landen würde, das hat mich umgehauen. Aber warum um alles in der Welt soll er das getan haben, wollte Harry wissen. Denn er war sich sicher, dass es keine Situation in seinem Leben geben könnte, die ihn zu so einer Selbstverstümmelung ermutigen könnte. Sie hob und senkte die Schultern. Ich werde das noch herausfinden müssen. Ich muss auch wissen, ob er an dem Trank etwas verändert hat. Das wird er dir nie erzählen, Hermine. Ich weiß. Den kapitulierenden Klang ihrer Stimme machte sie wieder wett, als sie anfügte. Ich werde ihn provozieren müssen. Sanft schloss Harry das Buch, bevor er es auf den Tisch legte und sich danach, mit einem Arm um Hermines Schultern gelegt, gemütlich zurücklehnte. Einen Moment verweilten sie so, beide in Gedanken vertieft, bis Harry ermutigend ihre Schultern drückte. Ich mache dir einen Vorschlag, Hermine. Wir beide gehen jetzt runter, haben eine schöne Zeit und rutschen nachher gemeinsam mit unseren Freunden ins neue Jahr. Sie wollte schon Einspruch einlegen, doch Harry verbat sich jede Unterbrechung. Und morgen, da werden wir das Buch zusammenlesen. Seine Entschlossenheit machte sie einen Moment lang sprachlos, bis sie sich gefangen hatte und nachfragte. Du willst das Buch mit mir zusammenlesen? Natürlich. Du musst mir danach nur sagen, was ich tun muss, um dir zu helfen. Ich bin ab jetzt wieder an Bord, Hermine. Ich helfe dir sogar, wenn du einen Drang brauen willst, oder ich werde versuchen, etwas aus Severus herauszubekommen. Du musst es mir nur sagen. Bereits Remus' Hilfsangebot hatte ihr einen Lichtblick beschert, doch Harrys Worte gaben ihr tatsächlich wieder eine Perspektive. Sie lächelte ihm dankend zu und nickte. Dann lass uns heute feiern. Wehmütig klang sie noch immer. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.